Heute schauen wir uns an, welche die beliebtesten Ruhestandsziele außerhalb von Deutschland sind, wenn man als Paar, Ehepaar um die 2.000 Euro Rente oder andere Einnahmen im Monat hat. Rentner finden in den letzten Jahren immer neue Möglichkeiten, ihren Ruhestand zu gestalten. Eine der größten Hürden, die wir im Ruhestand meistern müssen, ist unsere Rente. Mehr als die Hälfte der Menschen, die tatsächlich in Rente gehen können, machen es mit einem engen Budget. Wenn man tiefer in diese Thematik eintaucht, erkennt man, dass es einige schöne Länder gibt, in denen man seinen Ruhestand verbringen kann und die nur halb so teuer sind wie das Leben in Deutschland oder Österreich. Platz 10 – Portugal Ein noch Geheimtipp für Rentner Portugal ist ein wunderschönes europäisches Land, das oft übersehen wird, besonders von Rentnern. Es liegt direkt neben Spanien und fast im Mittelmeer. Viele Menschen nehmen an, dass Portugal ein sehr teures europäisches Land ist, da es eine lange Atlantikküste hat. Aber das stimmt nicht. Tatsächlich hat Portugal einige erstaunliche Städte mit kolonialer Architektur im ganzen Land zu bieten. Ein weiterer Pluspunkt Portugals ist das gute Gesundheitssystem. Aber das Beste ist, dass ein Rentnerpaar in Portugal mit etwa 2000 Euro im Monat leben kann. Natürlich ist es auch möglich, mit einem etwas niedrigeren Budget auszukommen, aber man muss schon gut planen. Portugal ist zwar teurer geworden, aber immer noch ein sehr günstiges Rentnerziel. Es gibt viele Möglichkeiten, um Geld zu sparen. Zum Beispiel kann man in lokalen Restaurants essen, wo das Essen oft günstiger und authentischer ist als in den touristischen Gegenden. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr preiswert und bieten eine tolle Möglichkeit, das Land zu erkunden. Portugal ist ein Geheimtipp für Rentner, die eine Kombination aus Kultur, Natur und günstigen Preisen suchen. Es ist ein wirklich schönes Land mit freundlichen Menschen und einer entspannten Atmosphäre. Wenn Sie also planen, Ihren Lebensabend in einem europäischen Land zu verbringen, sollten Sie Portugal auf jeden Fall in Betracht ziehen. Platz 9, Frankreich ist ein wunderschönes Land, das mit Portugal vergleichbar ist. Viele denken, dass es teuer ist, aber das muss nicht sein. Jeder kennt die berühmten Städte wie Venedig und Paris, aber Frankreich hat noch so viel mehr zu bieten. Es gibt erstaunliche Städte und atemberaubende ländliche Gemeinden, die definitiv einen Besuch wert sind. Zwar kann es in Paris oder ähnlichen Städten teuer werden, aber in den kleineren Städten und ländlichen Gebieten ist es definitiv erschwinglicher. Das Beste an Frankreich ist das Gesundheitssystem. Es ist von hoher Qualität und immer noch erschwinglich. Wenn man außerhalb der Städte lebt, gibt es viele schöne Gemeinden, in denen man mit etwa 2000 Euro im Monat ziemlich komfortabel leben kann. Das Essen ist köstlich und die Kultur ist reich und vielfältig. Frankreich ist ein Land voller Charme und Schönheit. Es gibt so viel zu entdecken und zu erleben. Egal ob man historische Sehenswürdigkeiten besuchen möchte oder einfach nur die Natur genießen will, Frankreich hat für jeden etwas zu bieten. Platz 8 Spanien Sie dachten wahrscheinlich auch hier wieder, dass es zu teuer ist, aber wirklich nicht. In Innenstädten wie Barcelona oder Madrid wird es ein wenig teurer sein, aber wenn sie in kleine Städte oder ländliche Gebiete gehen, ist es definitiv erschwinglich. Wenn sie es sich leisten können, ist Spanien einer der besten Orte für Rentner auf der Welt. Gutes Essen, feiner Wein, das Mittelmeer und eine großartige Gesundheitsversorgung machen es zu einem großartigen Ort zum Leben im Ruhestand. Sie können in einigen kleineren Städten mit etwa 1800 Euro im Monat als Ehepaar ziemlich komfortabel leben. Platz 7 Ecuador Ecuador grenzt an Kolumbien, Peru und den Pazifischen Ozean. Die meisten Äquadorianer leben an der Westseite des Landes. Der Osten ist Wildnis pur. Ecuador hat das Glück, dass die Anden durch das Land verlaufen und sich genau in der Mitte des Landes befinden. Die Anden sind das größte Gebirge der Welt und erstrecken sich über sieben Länder. Ecuador hat eine niedrige Lebenshaltungskosten und ein solides Gesundheitssystem. Eine großartige Sache ist, dass Ecuador möchte, dass sie dorthin ziehen. Es gibt immer einige bürokratische Hürden zu überwinden, aber Ecuador macht es ziemlich einfach. Sie können in Ecuador mit etwa 1700 Euro im Monat als Rentnerpaar leben. Platz 6 Kolumbien Ja, das Land hat einige problematische Gebiete, aber insgesamt ist es ein großartiger Ort zum Leben im Ruhestand. Kolumbien hat viel Küste sowohl am Karibischen Meer als auch am Pazifik und wie Ecuador hat es auch die Anden direkt vor der Haustür. Sie haben eine Regenzeit, aber größtenteils haben die bewohnten Gebiete gutes Wetter. Kolumbien hat eine solide Gesundheitsversorgung, einen einfachen Visaprozess und niedrige Lebenshaltungskosten. Natürlich hängt es davon ab, wo man sich niederlässt und lebt, aber man kann mit etwa 2000 Euro im Monat gut über die Runden kommen. Platz 5 Guatemala Guatemala fast nur wegen der Lebenshaltungskosten auf dieser Liste gelandet. Es ist billig, in Guatemala zu leben, das ist kein Geheimnis. Es ist schon seit einiger Zeit ein beliebtes Ziel für Auswanderer aus den USA und Kanada. Guatemala hat wunderschöne Berge und Wälder und einen schönen Teil der Pazifikküste sowie einen kleinen Teil der Karibik. Sie können bequem mit etwa 1500 Euro im Monat leben. Platz 4 Mexiko Immer mehr Menschen ziehen nach Mexiko, es hat zwar Probleme mit Kartellen und gefährlichen Orten, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Land zum Leben. Mexiko ist definitiv ein Ort zum Kennenlernen, bevor sie dorthin ziehen, geringe Lebenshaltungskosten sowie wunderschöne Strände sowohl am Karibischen Meer als auch am Pazifik sowie eine gute Gesundheitsversorgung. Mit etwa 1500 Euro im Monat können sie hier gut zu zweit leben. Platz 3 Panama Panama ist ein herrliches Land mit atemberaubenden Landschaften und faszinierenden Menschen. Von dichten Schungeln bis hin zu majestätischen Bergen und traumhaften Küstenlinien gibt es hier alles zu entdecken. Wanderungen durch die Wälder sind ein besonderes Erlebnis, doch Vorsicht ist geboten. Jeder kleine Pfad führt zu einem neuen Fluss, Wasserfall oder Bach, Wasser gibt es hier im Überfluss. Die Gesundheitsversorgung in Panama ist hervorragend und auch erschwinglich. Mit etwa 1400 Euro im Monat kann man hier gut leben. Platz 2 Belize Belize ist ein wunderbares kleines Land zwischen Mexiko und Guatemala, das mit seiner karibischen Küste und einem hohen Anteil englischsprachiger Einwohner beeindruckt, das bedeutet weniger Sprachbarrieren. In Belize gibt es zahlreiche entspannte Strandstädte entlang der Karibikküste, aus denen man wählen kann, um den Aufenthalt zu genießen. Mit etwa 1800 Euro im Monat kann man hier gut leben. Wenn Sie die Kosten etwas senken möchten, können Sie auch mit 1200 Euro im Monat auskommen. Platz 1 Costa Rica ist ein sehr beliebtes Reiseziel für Amerikaner, Kanadier und auch viele Europäer haben bereits das Land für sich entdeckt. Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu anderen Orten in Lateinamerika, Europa oder Nordamerika noch niedrig. Sowohl die Kosten für Lebensmittel als auch für Miete und Gesundheitsversorgung sind hier viel günstiger. Es wird sogar behauptet, dass man mit weniger als 1000 Euro im Monat auskommen kann. Wer es etwas besser und in der Nähe des Meer haben möchte, kann auch mit 1100 Euro im Monat gut über die Runden kommen.